gesundes und volles haar fängt mit der pflege der kopfhaut an da ist es sehr sehr wichtig dass du genug trinkt damit du feuchtigkeit im haar hast und dass du deine kopfhaut regelmäßig stimuliert indem du dir kleine kopfmassagen gibst und auch das haar gut durchbürst es denn je mehr das haar durchblutet ist indem du es stimuliert auf der kopfhaut desto besser ist das haar genährt und desto schneller wächst das haar